So Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Paar von Let's Play Mario Kart 8 Online. Ähm, ja, heute habe ich zwei kleinere Themen dabei, weil ich dachte, ja, eins ist vielleicht ein bisschen kleiner. Ähm, deswegen, oder vielleicht, eigentlich sind beide klein, egal. Wollen wir mal drüber sprechen, würde ich sagen. Das erste Thema ist Haustiere. Was halte ich eigentlich von Haustieren? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Tierliebhaber, ich könnte es auch gut ohne Haustiere aushalten, doch wir haben zu Hause zwei Katzen. Eine, die ich so gut wie nie sehe, weil die sich immer woanders umtreibt und eine, die die ganze Zeit nur voll auf der Kau schlägt und total verrückt ist, denn immer, wenn man sie anspricht oder streichelt oder irgendwas, rennt die sofort weg und miau, miau, ja, komm, dann denke ich auch mal so, leck mich doch. Was hat die eigentlich zu suchen? Ich meine, die ist zwar schon irgendwie süß und die schnurrt auch immer ganz süß, also manchmal kann sie auch echt süß sein, sagen wir es mal so. Aber sie, die geht einem meistens eher so auf den Sack. Auch immer, wenn Fremde da sind oder wenn, gar nicht mal wenn Fremde da sind, sondern auch so Personen, die dir total gewöhnt ist eigentlich, zum Beispiel mein Vater. Dann rennt die weg und kriegt den Anfall ihres Lebens und da denke ich mir immer, was, was geht in diesem Kopf, in diesem kleinen Mini-Hirn von dieser Mini-Katze rum? Welch, welch, also ich glaube, ich glaube echt, dass mit der Katze irgendwas falsch ist. Die Katze, ich weiß gar nicht, wie alt die ist, ich glaube, die ist jetzt so acht oder zehn vielleicht, na, zehn ist sie vielleicht nicht, aber schon so acht, neun Jahre alt, denke ich mal. Ja, acht, neun sollte hinkommen, die haben wir dann gekauft von einer Katzen, die Parbarin, die auch ganz, ganz viele Katzen hat. Ähm, meine erste Katze war aber die andere, die ich jetzt gar nicht mehr sehe, die auch so eine richtig schöne Katzendame geworden ist, ähm, die auch wirklich cool ist, ähm, die Katze hat, ist wirklich, ey, echt eine geile Katze, finde ich, die ist viel besser als unsere vorherige. Ähm, achso, also dazu sag ich gleich was, ne, jetzt nicht verbirren lassen von vorherigeren Katzen und so. Also, ähm, die haben wir auch gekauft, äh, von unserer Nachbarin, ich weiß nicht, ob das, also nicht unsere Nachbarin, die wohnen hier ein paar Häuser weiter, ähm, auf jeden Fall kann ich mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, weil da war ich auch noch echt klein, ich glaube, da war ich gerade drei geworden oder so. Also, ich war da wirklich noch so ein halbes, halbes Baby und deswegen, ne, also daran, daran kann ich mich fast gar nicht mehr erinnern, aber an Missy. Also, meine zweite Katze, die kann ich mich noch erinnern, durchaus. Und meine erste Katze heißt leider, ähm, doch, eigentlich, also meine, ja, ich sag mal, erste Katze vorsichtig, weil, eigentlich ist es meine zweite und dazu komme ich jetzt. Denn eigentlich hat man vorher noch einen süßen kleinen Kater, der hieß Fidelio, ähm, und ich glaube, danach hatten wir noch mal eine Katze, aber die ist dann irgendwie auch abgehauen, oder überfahren worden, oder, ne, ich glaube, die ist abgehauen. Ähm, die hieß, hab ich, die ist Afrika, aber das war das erste Mal, was ich irgendwie aussprechen konnte, Afrika. Und deswegen, äh, fuck. Deswegen, keine Ahnung. Ich lache mich da immer noch so mal gut, dass ich die Afrika genannt habe, weil ich das zu den Namen mal suchen. Aber, ja. Meine, I don't mind. Fidelio war echt ein ganz süßer Kater, also von das, von, 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 von dem, was ich, äh, woran ich mich erinnern kann, weil da war ich noch nicht mal, da war ich noch nicht mal zwei, glaube ich. Also, als wir den Kater noch hatten. Auf jeden Fall von dem, was mein Vater mir erzählt hat, weil, äh, mein Vater mag eigentlich unsere Katzen, beziehungsweise unsere Katze nicht. Ähm, aber, Fidelio mochte er, ja. Mein Vater ist sowieso eigentlich eher eine seltsamere, eigentlich, eigentlich, ich sag eigentlich, äh, eigentlich, ähm, sag ich vorsichtig, ne, eher eine seltsamere Persönlichkeit, ne, aber, ja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, also, was, 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 was Tiere betrifft, ne, meine ich jetzt nicht, 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 was jetzt, äh, was anderes betrifft, also, nee, was Tiere betrifft, ne. Gottes Willen, nicht, nicht, dass, das hätte man als echt falsch verstehen können, also, ne, was Tiere betrifft, und, äh, auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, also, gegen unsere Katzen hatte irgendwie, äh, mein Vater immer was, aber, ja, weiß ja auch nicht. Ich glaube, das interessiert, das ist, ich glaube, das interessiert auch eher die wenigsten. Ja, auf jeden Fall, Katzen sind so, sind so Haustiere, die ich eigentlich mag, aber unsere Katze, eigentlich nicht, weil ich finde die einfach verrückt, und die hat auch mal so eine Zeit lang irgendwie so viel gefressen, dass sie gekotzt hat, also, ich weiß, dass es normal ist, dass Katzen manchmal erbrechen müssen, aber, ja, ich meine, die hätte wirklich so viel gefressen, also, die hat sich echt überfressen. Ich weiß nicht, was mit der Falsche war in dieser Phase, aber irgendwie hat die sich quasi fast tot gefressen, und das hat mich sowas von aufgeregt, weil es immer diese Kotze weg macht, man kotzt die auch noch in meinem Zimmer, meistens, weil das halt unten ist, und, äh, die Katzenklappe auch unten ist, und das Ganze sich dann so anbietet, hier rein natürlich zu kosten. Ja, da könnte ich was ausflippen, da könnte ich sowas von ausflippen, das geht echt gar nicht klar. Aber hat sich jetzt mittlerweile auch wieder gebessert. Das Ganze, ähm, geht mir, ja, nicht auf den Sack, aber, ne, es ist schon so ein bisschen nervig mit dieser Katze. Auf jeden Fall, was andere Haustiere betrifft, äh, ich glaube, ich bin mit Katzen schon mal ganz zufrieden. Ich glaube, ich würde jetzt gar nichts anderes haben wollen als eine Katze, also wenn, Austiere eigentlich, würde ich überhaupt keine, wenn sie mir gehen, würde ich überhaupt keine Austiere anschaffen gehen. Äh, das hört sich falsch an, aber egal. Auf jeden Fall, ja, das dazu, am ersten, würde ich sagen, noch so ein Haustier, wo man sich jetzt nicht unbedingt kümmern muss, zum Beispiel über Fische oder so, man, man, mal, äh, so, keine Ahnung, so, einmal am Tag so ein bisschen Futter reinwerfen muss, sondern erledigt sich das ganz von selbst. Ich weiß, dass es vielleicht faul klingt, aber das, das bin ich, bin ich, bin ich, bin ich wirklich nicht, also, äh, egal, das ist so ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, ja, vielleicht doch wildsittig, also so ein Papagei. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe irgendwie Papagei immer total abgefeiert. Die sind nämlich, äh, ja, ganz lustig. Ich weiß nicht, also, es fällt mir jetzt ein bisschen schwierig, tatsächlich, weil ich ja eigentlich mich mit Haustieren noch nicht auseinandergesetzt habe, aber, ja, so ein, er wählt sich vielleicht noch am ersten, wo man ihn auf Wörter beibringen kann und so, irgendeinen Quatsch machen kann. Das fände ich noch ganz geil. Den Boomerang, den brauche ich jetzt wirklich nicht. Hey, du Spaß, du. Oh, lol, ich fahr dem hinterher. Ja, ja, ich bin so ein Flaschenhals, Alter. So ein Flaschenhals, das ist unfassbar. Ja, klar. Weißt du, geht mal, geht mal, geht mal, alle auf den Keks, weißt du. Och, ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen, wenn ich das wieder sehe hier. Ansonsten, glaube ich, war es das auch schon zu dem Thema. Das werde ich jetzt mal vorsichtig sagen. So, jetzt möchte ich mich mal auf, äh, ein anderes Thema berufen. Kann man, glaube ich, so sagen, war. Aber, ja, ich, ich, ich überlege gerade noch, was zum, diese Beberhaustiere, aber ich glaube, das können wir jetzt abhaken. Also, äh, weil die Folge geht halt erst acht Minuten. Und ich dachte, ich könnte wirklich noch ein bisschen mehr labern zu dem Thema, aber das war jetzt eigentlich nicht so ziemlich. Also, was mir auch ganz wichtig ist, ähm, nee, komm. Weißt du was, hacken wir das Thema ab. Äh, weil wir jetzt aber auch nichts mehr richtiges einverhältnis zu tun. Ja, was, was... Oh, wie geil. Das Geräusch. Oh, scheiße, jetzt hab ich den Pilz eingelöst, weil ich dachte, ich hätte noch keine Ahnung. Fuck. Bin nicht blöde. Inception, die Spaß. Ähm, egal, komm. Gebirgskette. Also, zweites Thema ist Mobbing. Mobbing an Schulen. Was ich von Mobbing, beziehungsweise Videoüberwachung und so an Schulen und generell so Mobbing und, ja, äh, ja, im Begriff Videoüberwachung, sag ich mal, halte. Ähm, also. Wir haben, ich sag's mal vorsichtig, schon so ein paar Arschlöcher in der Schule. Zum Glück nicht in meiner Klasse. Da sind die zum Glück alle noch ziemlich nett. Aber, durchaus so ein paar Leute, wo ich mir dann schon so denke, Leute, hoffentlich seht ihr dieses Video nicht, erstens. Und zweitens, was ist denn da durch los? Ja, also, könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich meine, ihr nervt. Und, solche Leute, solche Leute hasse ich. Solche Leute hasse ich wie die Pest. Ich will da jetzt auch keine Beispiele so nennen. Äh, erst recht keine Namen, ne? Und auch keine Beispiele, weil, dann fühlen die sich vielleicht ertappt oder so. Wenn ich mal ein Video sehen, das möchte ich auf gar keine Wahl riskieren. Auf jeden Fall gibt es da schon einige. Äh, auch einige, die schon so aus, äh, der neunten, äh, Klasse oder so sind, oder, Quatsch, aus der neunten sag ich schon, aus der, aus der zehnten, sorry. Ähm, der neunten bin ich ja selbst, wow. Äh, auf der zehnten mach ich natürlich. Es gibt, es gibt auch ein paar aus der neunten, aber, ja, es gibt auch, es gibt auch manche, die, äh, also die meisten sind aus der zehnten und sogar drüber. Was mich auch echt ein bisschen wundert. Ja, auf jeden Fall, ähm, gehen die mir schon ziemlich auf den Keks. Also es ist zwar kein Mobbing oder sowas in der Art, ne? Aber, ja, ich sag mal, es, es ist einfach so ein bisschen pisang. Und, das finde ich übrigens nicht gut. Ich bin selbst keiner, der, keiner, der das gerne macht. Wenn mache ich das, wenn mache ich das nur in Ausnahmefällen. Ich würde sich jetzt einige, ein oder andere denken, der das hier wieder sieht und mich, äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht einer mal aus meiner Klasse sehen wird, aber, ne? Ich sag mal nix. Ansonsten werde ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich je wieder, wenn ich je wieder, gib mir das gleich noch nicht, bitte, oh Gott, Alter, was glaube ich, ich würde von scheiß, ähm, also, muss jetzt echt vorsichtig sein, was ich sage, Deswegen, stelle ich auch ein bisschen rum. Zum Teil, sind die auch, manchmal ganz nett. Also, ich rede jetzt von, ja, den, das ist, ah, verdammt, das ist so ein schwieriges Thema, darüber irgendwie zu reden. Aber, ich sag mal so, also, machen wir uns mal ganz direkt. Also, jetzt aus meinem, Deutsch, äh, Förderkurs, mhm, ich bin in Deutsch weiter gegangen. Jetzt wissen es alle, jetzt ist es raus, nee, Spaß. Auf jeden Fall, da waren auf jeden Fall so einige Leute dabei, die können, die konnten es einfach nicht lassen, irgendwie mich, um mir auf den Geier zu gehen. Nicht, weil sie mich jetzt irgendwie beleidigt haben, oder so, einfach, weil sie mich auf den Geier gegangen sind. Ich meine, ich wollte ja auch irgendwie, also, das klingt vielleicht ein bisschen so, als wäre ich irgendwie die totale Streber, aber ich wollte auch schon so ein bisschen meine deutsche Note verbessern, äh, ich eben, äh, nicht so gut abgeschnitten bin, dieses Jahr, äh, letztes Jahr, aber das ist ja letztes Jahr in Deutsch. Deswegen wollte ich meine deutsche Note natürlich verbessern, äh, und auch eben was dafür lernen. Wenn jetzt irgendeiner sagt, Streber oder so, ja, dann könnt ihr mich mal wirklich, dann fickt euch, da muss ich kurz einfach mal sagen, dann fickt euch einfach ins Knie, weil, für mich ist das kein, kein Streben oder so, sondern das ist eher so was, ja, das ist was Selbstverständliches, also wenn man aufs Gymnasium geht, und vielleicht nicht der absolute Musterschüler ist, ja, dann ist das, ist das was ganz Normales. Und für die Leute, die jetzt auf der Hauptschule sind, und mir sagen, äh, Streber hier, ja, dann fickt euch ins Knie, ja. Eigentlich nicht mal Ahnung, was Lernen überhaupt ist, was? Also, solche Leute kennen, solche Leute hasse ich, die mich irgendwie Streber nennen, oder so. Weil ich, weil ich auch total viel, also eigentlich lerne ich wirklich nicht so viel, ich zocke auch viel, ne. Also ich meine, wenn, wenn, wenn man, wenn man, wenn man am Tag irgendwie ein Video hochladen will, am Tag, oder jede, jeden, jeden, jeden Tag, ich weiß mal, jeden Tag, das beiden Tag in letzter Zeit ist es ja leider so ein bisschen, die Video-Flaute so ein bisschen runtergeschwappt, von null auf, äh, von 100 auf null, ne, eigentlich von 100 auf 50, wenn man es korrekt sagen würde. Auf jeden Fall, ne, Digga, das finde ich, finde ich wirklich scheiße. Das fällt mir auch, das fällt auch so in, dass du das Thema Mobbing. Also ich finde auch so, 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 so finde ich einfach kacke. Also sowas finde ich, so was von, stroh doof einfach nur. Ich könnte mich jetzt da noch 5 Minuten, 5.000 Stunden drüber aufregen, aber, das bringt ja nun auch wieder nicht, ne. Auf jeden Fall, was Videoüberwachung betrifft, damit kann man natürlich so einige Mobbing, beziehungsweise so, Übergriffe und, was sie nicht gesehen, kann man damit schon vom, ja, ich sag mal, vermindern, andererseits, ne, so von vom Rechtlichen, das ist also unsere Schule, also unsere Schule hat, glaube ich, schon Videoüberwachung. Deswegen, ich weiß noch gar nicht, wie die es da regelt haben, und ich glaube, die dürfen das auch gar nicht so krass ausschnückeln, die Videoüberwachung, die Videokameras, in der Schulgebäude, innerhalb des Schulgebäudes, weil, habe ich rechtlich gar nicht so erlaubt, aber trotzdem muss man halt gucken, also, ich wäre tatsächlich gegen eine Videoüberwachung, wenn man das mal so nennen darf, weil, ähm, das dann doch in die Privatsphäre so, ja, ich will nicht sagen, reingreift, aber, ja, man wird transparent, man wird transparent, man wird quasi durchschaut, im wahrsten Sinne des Wortes, und, ne, nicht mein Ding, also ich finde, dass das gekwölte Kacke ist, äh, weil Privatsphäre so, was ganz, ganz wichtig ist, äh, was ich zum Glück genug habe, aber auch viele Leute, bin ich so, auch, durchaus auch Kinder, nicht, und wieso es kann man denn genau in dieser Sekunde auf meinen Sternen, grammatikalisch korrekte, ich bin, superdeutsche Lehrer, ich könnte deutsche Lehrer werden, ne, ja, super korrekte Grammatik, ähm, oh, ich kann es kotzen, dieses Schreck, hast du dich, auf jeden Fall, denke ich mir dann manchmal schon so, ähm, Leute, wieso stimmt ihr für eine Videoüberwachung, wenn es doch eigentlich nur schon, also, es bringt, also, Videoüberwachung heißt dann, nur in der Pausenhalle, und, auf, im Schulhof, ja, aber nicht in den Räumen, oder während des Unterrichts, das verhindert ja dann auch, äh, oder Schlussrecht, Schlussrecht kein Mobbing, also, das ist jetzt zwar vielleicht ein komisches Thema, worüber man eigentlich nicht so redet, aber, ich finde es mal ganz gut darüber zu reden, weil, keine Ahnung, sowas ist vielleicht auch nicht selbstverständlich, dass mal ein YouTuber über so eine Scheiße redet, ähm, aber, trotzdem Leute, also, ihr glaubt gar nicht, was es für eine, Kacke manchmal ist, ähm, durchschaut zu werden, aber es ist natürlich auch gut, es hat, es hat, es hat Vorteile und Nachteile, das wird hier, so die richtigen Argumentation hier, also, es wird, das hat Vorteile und Nachteile, ne, ähm, und, joa, ich will jetzt nicht sagen, dass, ähm, ich das jetzt, also, ich finde das zwar schon nicht gut, aber, ja, man müsste es halt so einen Kompromiss finden, ne, also, was ich zum Beispiel ganz gut finde, wenn es zum Beispiel einfach nur, also, es würde halt zwar kein Mobbing verhindern oder so, aber zum Beispiel Einbrüche, du könntest es vermindern, das finde ich ja dann noch gut, also, das ist halt halt nur nachts machen, also, nur nachts die Videokamera laufen lassen und nicht eben am Tag, weil immer wenn ich da so, keine Ahnung, irgendwie denke, ich werde aufgenommen in der Pausenhalle, deswegen halte ich mich auch nicht so gerne in der Pausenhalle auf, eigentlich, aber, ja, also, eigentlich gehe ich sowieso immer zu, in den Unterrichtsräumen sofort, aber, ja, ne, muss man halt, lol, der kommt leider aus Peru, wie geil, das habe ich auch selten erlebt, ein Mario Kart Fahrer aus Peru, wie ist das, ein Wii U-Besitzer, besser gesagt, ähm, das ist auch mal interessant, dass der Oya Carlos, wie geil ist das denn, meine Güte, der muss aber nicht ein Reichbord sein, also, nichts gegen solche, nichts gegen Peru, aber, ich kenne mich auch nicht damit, wo auswählen, lieber meine Fass, ach, das ist okay, ja, also, ich würde mal sagen, das Thema mit Aura abgehakt, und jetzt habe ich jetzt nicht gerade keine Themen mehr, das ist natürlich, ich will nicht sagen, fail, aber es ist auf jeden Fall, ich dachte, ich könnte eigentlich ein ganzes Video damit füllen, aber ich sehe gerade erst auf die Aufnahme, und sehe 17 Minuten, ich dachte, es wäre schon viel mehr Zeit vergangen, okay, gut, bevor wir noch das Rennen, und dann würde ich sagen, keine Ahnung, was mit der Folge, ach, genau, was ich noch zu Videoüberwachung sagen könnte, äh, viele Schulen wollen das jetzt auch einrichten, aber, zum Beispiel, genau, aber, also, weil sie jetzt so fragt, was ist denn daran, als rechtlich, äh, nicht, äh, erlaubt, erstens, man darf, der Videokameraüberwachung, sag ich mal, darf man, äh, nur mehrere, ich glaube, mehrere Tage speichern, also im Archiv, äh, und da muss es aber gelöscht werden, weil das gegen irgendein Gesetz verstößt, und, das gleiche mit, dass man die Überwachung überall einsetzen kann, wo man will halt, das geht einfach auch nicht so, einfach so schnell, ja, das funktioniert leider nicht, ähm, da muss man nämlich auch, glaube ich, erst abstimmen in der Schule, ich bin mir da auch nicht, hundertprozentig sicher, ich will das hier auch nicht, äh, irgendeinen Scheiß-Palabern, aber, äh, bevor ich hier noch irgendwie, keine Ahnung, euch irgendeinen Scheiß erzähle, dann, will ich, will ich, also wie gesagt, das ist, das ist, glaube ich, ich weiß, es ist auch nicht sicher, ja, aber ich glaube es zumindest, ja, es vermute es zumindest, ähm, okay, gut, dann will ich diese Folge auch erstmal beenden, ich hoffe, ich konnte die euch irgendwie unterhalten, ich glaube, der erste Teil der Folge war spannender, also, für die, die jetzt drangeblieben sind, Props an euch, so Leute, wir sehen uns, hoffentlich morgen, aber ansonsten halt, äh, später.